Die Bayern brauchen wieder einen Antreiber, ein Aggressive Leader, einen, der dorthin geht. Oder auch tritt, wo es weh tut. Einfach ein... Frei übersetzt, ein Sauhund. Ein also, wie... Und um das klarzustellen, die Bezeichnung Sauhund stammt nicht etwa von uns. Nein, Jupp Heynckes bezeichnete seinen neuen Rechtsverteidiger Rafinha als eben solchen. Ja, ich habe gehört, dass der Trainer das gesagt hat, aber der weiß, was ich kann, der weiß, wie ich bin auf dem Platz. Das war ein gutes Wort für den Trainer. Der kleine Brasilianer gilt als beinhart. Genau so einer fehlte den Bayern nach dem Abgang von Marc van Bommel. Die Bayern einfach zu zahm. Nun die Abteilung Attacke wiederbelebt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Arturo Vidal.